Du bist der Nächste, Olaf. Einhorn. Teekanne. Uh, Elsa. Olaf bekommt eine neue Regel. Kein Verwandeln. Aber egal, das wird ein Kinderspiel. Oh, äh, abgelenkt. Beunruhigt? Kam dir Elsa irgendwie komisch vor? Sie war Elsa? Ich höre immer diese Stimme. Stimme? Was meinst du? Rauch zu den Klippen! Ich fliege weg! Das Königreich ist nicht sicher. Finde heraus, wer dich ruft. Dann bekommst du deine Antworten. Geh nach Norden. Durchquere den verzauberten Wald. Hinein ins Unbekannte. Wir machen das gemeinsam, ja? Seid vorsichtig. Die Geister werden euch nicht in Ruhe lassen. Das ist normal. Wer seid ihr? Hallo, ich bin Olaf. Oh, entschuldigt. Ich finde Kleidung beklemmend. Irgendjemand ruft uns. Wer ist das? Was willst du mir damit sagen? Die Riesen. Und sie sind Riese. Versuch nicht zu schreien. Madi hat eine verführerische Macht. Ohne dich verliert sie sich vielleicht darin. Ich glaube fest an dich, Elsa. Egal, was passiert. Wenn jemand Arendell retten kann, dann du. Die Eiskönigin 2 Wie kommt ihr damit klar, dass die Komplexität unseres Denkens mit zunehmendem Alter immer höher wird? Och, nee, nee, nee. Nicht abdecken. Du weißt nicht, wo ich gerade reingeladscht bin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020